Um manche Sachen kümmert sich freundlicherweise das Karma. Diese beiden Schlauberger dachten sich, ach Mensch, so viel Müll, das zu entsorgen kostet doch wieder unnötig viel Geld. Davon kann man sich doch so schön andere Sachen kaufen. Schmeißen wir das Zeug einfach ins Wasser. Gesagt, getan. Dumm nur, wenn man nicht sehr schlau ist. Und es die Schwerkraft gibt. Und das Karma. Einen Anhänger an einem Hang auszuladen, der sich direkt an einem Fluss befindet, ganz schlechte Idee. Merkt dann auch der eine der beiden, als er rückwärts ins Wasser segelt. Ach Karma, manchmal kannst du so freundlich sein.